ich wollte euch heute mal ein cooles messer vorstellen das ist ein skylight messer und das sieht so aus ich werde euch nicht die packung in die kamera halten denn die ist viel zu groß deswegen könnt ihr euch mal das so anschauen das ist ungefähr 20 zentimeter klingenlänge plus 15 zentimeter griff länge und dann zeige ich euch mal das messer das ist schon der hammer weil man kann die nicht komplett in die kamera halten hat ein holzgriff hat full tank version hat hier auch eine stahl verstärkung und auch hier also ist komplett aus stahl nur hier auch hier ist eine stahl also full tank hier und hier die griffschalen sind glaube ich aus holz jetzt ziehe ich mal die scheide ab ist ein damastmesser ist aus 10 stahl hat ungefähr 2,5 mm klingenstärke hier unten läuft es ungefähr bis null aus sehr scharf und ja was kann ich noch dazu sagen ist einfach nur schnittig also damit könnt ihr grill gut bearbeiten könnt ihr wenn ihr was bearbeitet auf die klinge drauf nehmen und in behälter verstauen ich zeige euch mal wie scharf die klinge ist also die ist sehr scharf und die ist noch nicht nachgeschliffen worden und ganz ehrlich wirklich nur empfehlenswert für 109 euro gekauft wenn ich den link finde setze ich euch den unten in der beschreibung wenn ich den leider nicht mehr finden dann schreibe ich euch in die beschreibung dass ich den leider nicht mehr gefunden habe ist ein damaskusstahl sieht man hoffentlich ich filme hier mit einem handy deswegen sieht man das vielleicht nicht so gut wenn euch das video gefallen hat würde ich mich über einen daumen hoch freuen noch mal würde ich mich freuen wenn ihr mir ein abo hinterlasst bis zum nächsten video tata